so in der das habe ich jetzt erstmal alles fertig jetzt gehen wir mal hier hin und machen die beiden noch schnell wo muss ich denn hin was 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 ich habe schon wieder vergessen dass man hier ja zum beschissen rauskommt ja so kopf ist auch ein neuer rauche ich schönen doppel apfel ich liebe diesen geschmack besiege ball gut wo muss ich dahin noch mal weiter soweit ich weiß gab es irgendeinen gegner den ich töten muss und da gibt es nur eine trophäe wenn ich nicht in einem auto sitze ich weiß nicht ob der das ist oder ein anderer deshalb werde ich doch aussteigen ja wäre schade wenn ich das noch mal machen müsste so muss ich erst mal wieder hoch klettern das heißt wieder da war ich ja noch nicht oben aber ich hoffe irgendwo da komme ich hier rein ich komme hier rein nicht hochkrabbeln guck mal machen wir hier schön wo ist er wo sei ist das und da ist er gefallen ja Ok. Äh, ne? Ja. Boah, ne. Wie soll ich denn da hinkommen? So, ich brauche aber auch noch Granaten-Mods, andere. Und andere Schilde für die Herausforderung. Aber irgendwie habe ich die noch nicht gefunden. Aber ich denke mal, die kommen später. Was hier? Voll. Voll, voll. So, der ist runtergesprungen, oder was? Oh. Was ist mit dir hier? Ey, du bist Level 7. Mann, wie komme ich da jetzt hoch? Hier. Erstmal hier lang krabbeln. Oh. ähm genau alter ok idiot hätte ich auch gleich drauf gucken wohin das ist sehr weit weg so nehme ich lieber auto da plus acht steigt mal um und los hey verdammt nein ich hasse es jetzt dachte ich gehe ich auch noch drauf was hier los nichts naja dann laufen halt ja nehme ich mal auto so ich bin ja mal gespannt wann es informationen über borderlands 3 gibt vielleicht gibt es ja hier auch noch den ein oder anderen dlc der rauskommt das weiß ich nicht aber wenn dann bitte fürs preziquel fand ich irgendwie bis jetzt doch ein bisschen cooler so muss ich denn jetzt die nerven mich gerade ich muss bestimmt hierauf springen bitte los ja ihr nervt mich mal jetzt bitte nicht gucken wir mal hier ist es ja so weg hier ist es ja so weg hier ist es ja so weg hier ist es ja so ja wie gesagt also sind sie jetzt hier für preziquel würde ich mir wenn es nicht so teuer ist wahrscheinlich laden bei den detail habt ihr endlich echt gut gefallen jetzt weiß ja auch okay aber preziquel preziquel war irgendwie besser ja da würde ich mir jetzt bin ich ja falsch schon wieder ich raste aus ja wie gesagt dafür würde ich mir auch ein dlc kaufen also je nachdem wie groß der ist und wie teuer aber ich glaube nicht dass da noch was kommt glaube ich irgendwie nicht sagt war bin ich schon wieder zu bekloppt hier irgendwo lang zu laufen da komme ich da nicht die dinger hoch ist doch übel zum kotzen wenn ich jetzt hier lang laufe komme ich hier lang und wer da nirgendwo wieder ich muss über die brücke laufen ist doch zum kotzen so krass lange laufwege immer so krass lange laufwege vollkommen unnütz hätte man doch wenigstens eine treppe hin machen können oder so nein ich hätte mir auch das auto nehmen können was das ach genau schon wieder panik gut egal jetzt laufe ich ja also ich denke bis borderlands 3 ist schon noch ein bisschen ich vermute wenn es gut läuft im herbst nächsten jahres herbst 2016 gehe ich mal voraus oder frühjahr 2017 jetzt stopfe ich hier so lang sind schön leicht zu erledigen hier aber ne quatsch ich gucke mal schnell bettesse rang guck mal schon wieder zwei da machen wir die feuerrate hoch und schild ladegeschwindigkeit jetzt gucken wir schilde brauche ich noch scheiß raketenwerfer der kurz mich ja so an dass ich schon wieder diesen kack machen muss das war doch glaube ich das muss ich glaube ich machen das war auf jeden fall bei prise quell so also und raketenwerfer sniper muss ich noch die machen die kurz mich an erreichen neue stärke mit denen den rest habe ich endlich gut also bringt es eigentlich gar nichts was ich hier mache aber ich mache es trotzdem so so was kommt da aber die fliegelinger die tropäe mit dem nachladen und flugdinger dabei treffen die habe ich schon sonst hätte ich die jetzt gemacht weil die mich übelst nervengrad so hängt es da so hängt es da da wusste ich doch dann kommt es daraus boah erstmal hier die gegner pläten da liegt es gut munition alle so hier war ich ja lange nicht so da ist eine treppe die musik